Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conker Alarmstufe Rot 1 und ja, ich bin jetzt heute unsicher, ob das jetzt wirklich die letzte Mission ist. Ich schau mal nach. Nein, es ist nicht die letzte. Scheiße, es ist noch eine Infiltrationsmission. Scheiße, egal, das wird lustig jetzt, das wird nämlich die Schwierige von beiden. So, Landcom 16 Tesaku an Gefechtskommandanten A9. Glückwunsch, das eroberte Zettzentrum bietet Zugang zu einer unterirdischen Waffenfabrik. Bringen Sie die Sprengladung an allen Generatoren an. Die Detonationen sollten die oberirdischen Einrichtungen mit zerstören. Die Truppen haben nur 35 Minuten Zeit, oh Mann. Bevor der Abwehrsäurenebel eingesetzt wird. Ende der Übertragung. Gut, wenn das die Zeitmission ist, werde ich die natürlich erstmal speichern. So, da bin ich wieder. Und ja, ich werde dann mal die Spielgeschwindigkeit runterstellen. Und genau, ich habe es jetzt nämlich mittlerweile herausgefunden, warum der manchmal die Aufnahme kappt. Das liegt daran, dass ich meinen Hotkey auf der Leertaste habe. Und wenn ich ein neues Missionsdings speichere, ist hier eine Leertaste drin. Und deswegen hört er auf aufzunehmen. Das ist halt das. Genau, so. Ja, wir haben hier, äh, Dingsmission, Inside Level. Wow. Okay, direkt mal ein paar Pflantentürme. Gut, und wir haben hier zwei Wege. Einmal oben, einmal unten. Das heißt, meine Soldaten werden Team 1, Team 2. Das hier wird Team 3 und das hier wird Team 4. Hier muss man nämlich echt behutsam vorgehen. Ich werde erstmal... Nein, hier oben komme ich schon nicht mehr weiter, seht ihr. Aber lasst doch mal den Panzer in Ruhe. Nicht unnötig hier. Hä? Ich stelle da nicht eben 35 Minuten. Jetzt habe ich auch immer 45 Minuten, okay. Was, was, was? Was macht der denn? Oh Gott. Ich dachte schon, ey. Hört bloß auf. Alter Schwede. So, dann machen wir das kaputt. Das sind Radarstörgeräte. Warum auch immer, die Brüssen jetzt auf einmal Radarstörgeräte haben. Und, äh, ja, genau. So, da bin ich wieder. Ja, ein paar technische Schwierigkeiten jetzt am Anfang. Aber jetzt passt das wieder. So, gut. Dann können die hier mal weiter das alles hier zerstören. So, 2 und 4 ist unten. Also muss ich erstmal unten weiter. Und hier haben wir einen Spion. Das ist schon mal ganz gut. Ja, Sir. Melde mich wie bewohlen. Ah, da kommt ein Hund. Da kommt ein Hund. Da kommt ein Hund. Schieß den ab. Sehr gut. Okay. Und mit dem. Und Team 4 kommt mal hier hin. Aber der Spion, der kann mal, äh... Bestätigen in Ordnung. Ja, mach ruhig die Panzer kaputt. Das ist okay. Komm. Die Soldaten hier, die mögen es einfach, wild wichsend auf irgendeinem Panzer drauf zu ballern. Ja, das ist klar. So, in dieser Mission gibt es leider keine Tannen. Ja. Das wäre auch zu schön gewesen. Diese Mission ist schon ein bisschen was Härteres auf jeden Fall. Ja. Hier könnte man auch zwei Parts hängen. Ja. Trotz Inside Level. So. Okay. Team 2 kommt mal hier hin. Team 4 kommt mal hier hin. Außer der Spion, der ist dann jetzt Team 5, damit er nicht immer mit zurückgeht. So, hier haben wir das erste Terminal. Und, ja. Da müssen wir einen Invasion schon mal reinbringen. Dicke, 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 dicke. Ich liebe diesen Soundtrack, ey. Der ist so geil. So chillig einfach nur. Arzt, kannst du mal heilen, bitte? Danke. Sei nicht so ein Assi. So, und... Alle drauf! Kein Verlust, komm. Kein Verlust. Sehr schön. Oh, alter, 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 alter. Mann, Grenadier! Scheiße! Arzt, komm. Hier. Arzt, heil mal. Nein! Oh Gott! Hör doch auf! Scheiße, ich hab doch einen verloren. So, das kriegst du jetzt wieder, Grenadier. Das kriegst du jetzt wieder. Weg damit! Oh! Gott! Alter Schwede. Egal, solange wie der heilt, kann der Spion schon mal vorgehen und erkunden. So, weil da... Hier der Flammenturm, der muss definitiv weg. Der muss definitiv weg. So, okay. Ja, wie gesagt, also ich hab's rausgefunden jetzt, warum der manchmal die Aufnahme kattet. Oh Gott. Immer so runter da. Jawohl, schön. Das ist ne Heilung, ne, glaub ich. Das ist ne Heilung, oder? Ja, das ist ne Heilung. Für alle Einheiten. Sehr gut. Ja, Sir. Bitte, Kommandant. Okay, gut. Ja, dann, äh... Geh ich mal weiter erkunden hier mit denen. Und ja, genau. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Also, mir geht's sehr gut mittlerweile. Also, nicht mittlerweile. Mir ging's immer gut eigentlich. Aber... Das Wetter ist wunderbar im Moment. Und da ist ein Hund. Soll ich den... Was macht der Hund? Ja, da kann ich durch. Das ist gut. Da kann ich durch. So. Dann kann der Spion mal weitergehen. So, der Hund, der will nämlich hier ein bisschen was fressen, ne? Aber die bleiben stehen. Ja. Perfekt. Zum Glück haben die so ne geile Reaktion, ey. So. Auch hier. Aufklärung erstmal wichtig. Richtig wichtig. Ah, geil. Guck mal hier. Da kann ich dann hier schon mal hin. So. Das ist doch relativ übersichtlich noch. Ich hätte mir das echt unübersichtlicher vorgestellt. Aber das speichere ich jetzt erstmal ab. Guck mal, Mission 15. Und mit Sicherheit nimmt er noch auf. Ja, er nimmt noch auf. Ja. Es lag echt daran, weil ich immer die Leertaste gedrückt habe beim Speichern. Ach, ich Idiot. Das war wieder so typisch ich, ey. Kann ja nur mehr passieren. Ja, okay. Gut. Dann geht's mal weiter. Wir sehen hier wieder schön mit Atom. Klar. Stalin ist unser Atommännchen. So, Team 2, mach mal den Grenadier da oben im Arsch. Oh. Was haben wir denn hier? Da kommt ein Hund. Shit. Okay. Das war's dann mit dem Spion. Scheiße. Oh Gott. Nicht einer gegen zwei. Nein. Keine Verluste. Komm schon. Bitte nicht, ey. Meine Güte. So, der Spion ist weg, ne? Nein. Der lebt noch. Okay, geil. Ja, dann. Dann stell den mal da oben rein. Dann kam jetzt Team 4 mal hier oben hin. Und ich hoffe, das macht jetzt den Flammenturm kaputt. Ja. Sehr schön. Gut. Dann können die mal ein bisschen vorrücken. Okay. Gut. Alles klar. Dann können die mal die scheiß Patrouille da weg machen. Warum hat er den ersten Schuss? Immer so ärgerlich, ey. Aber ja. Gut. Hier gehe ich nicht hin, weil hier ein Hund ist. Ja, Sir. So, dann. Weiter geht's. Ja. Die haben irgendwo einen Hund abgeballert. Geil. Okay. Was macht der denn da unten? Da unten ist noch einer. Ah, egal. Na, komm dann. So, immer schön weiter heilen, Ärzte. Ihr macht echt einen guten Job. Ja, ich glaube, das ist aber auch wirklich so. In einem echten Krieg sind echt die Ärzte das Wichtigste. Weil die echt immer, immer schön heilen können. Was macht ihr denn da? Was schießt doch alle, Mann. Das ist doch so dumm, ey. So, und weg damit. Geil. Außer wenn die Ärzte natürlich so nett sind wie hier in Commander Conker. Dann ist klar, dass die nicht so wertvoll sind im Krieg. Die heilen auch erstmal die Leute, die auch, äh, keine Heilung brauchen. Das ist so. Ja, habt ihr das gesehen? Anstatt jetzt die Gelben zu heilen? Ah, doch, okay. Ja, gut. Dann habe ich nichts gesagt. So. Ah, Moment mal. Ich muss einen Ingenieur hier unten reinpacken. So, die Wissenschaftler lasse ich leben, weil die machen nix. Die machen nix. Nur das hier unten, das macht was. Und genau. So, dann ist das hier das neue Team 4. Oh, Leute. Was macht ihr denn da? Lasst euch doch nicht töten. Oh, Leute. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Der andere Ingenieur, komm hier rein. Die Wissenschaftler lasse ich leben. Ist okay. So, Sprengladung platziert. Sehr gut. Okay, dann komme ich hier auch erstmal nicht weiter. Ah, mein, 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 ballert den Platz, ballert den Platz. Den Invasoren behalte ich mal hier, weil damit ich immer schön weiß, äh, welche Sprengladung ich schon platziert habe. Dann kann man hier oben mal weitergehen. Das wird jetzt erstmal gespeichert. Haben die Alliierten echt, äh, 16 Missionen? Habe ich mich da verzählt? So, ich muss sowieso hier oben erstmal weiter. Gut. Dann, da ist was. So, weg damit. Mach den, mach den platt. So, alles klar. Sehr schön, also bisher läuft das echt gut, muss man sagen. Wow. Äh, kein Verlust. Sehr gut. Okay, gut. Hier oben ist schon die dritte Sprengladung. Ah, einer ist weg. Ärgerlich. Nein, killt doch nicht den Forscher. Was hat der euch getan? So. Ist hier irgendwas? Na, hier ist ein PC, nehme ich an, ne? Oder eine Sprengladung, weiß ich nicht. Ja, Sprengladung platzieren, genau. So, genau. Ein Invasor kann da hin, bitte. Das hier ist dann das neue Team 3. Verstärkung, Verstärkung, wo? 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 Oh, geil. Oh, das ist nice. Das ist jetzt richtig nice. Ich hab drei extra Maniken bekommen. Das ist eine der seltenen, äh, Situationen, wo ich mich so sehr über Maniken freue. Ohne Scheiß. Weil das ist doch echt knapp im Missen hier. Ah, Mann, 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 Mann. Gut, der bleibt auch da stehen. So, dann nehme ich jetzt noch den einen Invasoren hier und mach mal den Flammenturm da unten kaputt. Ich denke mal, das ist der Flammenturm. Dieser PC hier. Aha, zwei Hunde. Weg damit. Sehr gut. Dann kann ich die hier schon mal fast zusammenführen. Das ist schon mal ganz gut. Okay, neues Team 2. Verstärkt. Sehr schön. Gut. Dann haben wir hier Team 1. Die rücken mal weiter vor. Bis jetzt läuft das echt gut, muss man sagen. Haha, sehr gut. Weg damit. Geil. Okay. So, 2, 4. Aha. Okay. Ah, der Hund kommt. Soll er versuchen. Haha, sehr schön. Gut angetriggert. Soll ich mich nicht mehr. Gut. Da unten ist irgendwie Dead End, weil da ein Flammenturm ist. Was zur Hölle? Kommst du denn her? Nein, lass doch die Forscher in Ruhe. Warum ballert ihr immer die Forscher platt? Alter, jetzt heil doch den, der schon Schaden hat. Hä? Diese Ärzte hier. 30 Minuten? Oha. Sehr geil eigentlich gelaufen, ja. Alle Generatorcomputer umprogrammieren. Die umprogrammieren? Der sagt doch immer Sprengladung. Was ist da am Umprogrammieren? Ja, ist egal. So, einmal speichern, bitte. So, ich glaube... Ja, ja, das ist... Alles klar. So, dann geht ihr mal bitte so dahin. Hm. Wie mache ich das jetzt am besten? So wahrscheinlich, ja. Der Flammenturm kann nicht so weit schießen, oder? Kann der nach oben so weit schießen? Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann habe ich ein Problem. Nein. So, genau. Kann der so weit schießen? Der kann so weit schießen, oh mein Gott. Ich... Hä? Was? Das ist jetzt Müll. Das ist jetzt richtiger Müll, ey. Oh Mann, ja, der ist jetzt... Wie mache ich das jetzt? Der wird sterben jetzt, wenn der sich bewegt. Geht das mit einem Manneken? Können die Manneken auch die PCs aktivieren? Oh Gott! Oh. Kann der einen PC aktivieren? Geht das? Drue ich das mal aus. Nein. Leider nicht. Oh Gott. Da muss ich halt doch hier einen, äh... Ja, Sir. Versteht dich. Einen hochziehen. So. Äh. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich will halt keine Verluste haben hier, ne? Ja, Sir. Sofort. So. Hm. Mal überlegen. Ich glaube... Also ich könnte jetzt hier durch, ja, aber... Ah. Mensch. Ich glaube, das hier macht den Flammturm hier oben kaputt. Ich hätte erst hier hingehen sollen, ne? Ich Idiot. Ja. Ich weiß. Ja, super. Okay, gut. Dann... Vertraue ich mal auf dich. Ah! Ich vertraue auf dich, habe ich gesagt. Gottes Willen. Da rennt der eiskalt in den Flammturm rein. So, habe ich den Spion noch? Ich habe den Spion noch. Ah, okay. Dann kann ich ja... Ja. Der hier oben ist. Dann kann ich dich zusammenführen. Geil. Alles klar. Dann lasse ich jetzt erstmal den Spion weiter hier unten erkunden. Ich habe den Spion noch. Das ist mega episch. Ja, ich habe den ja hier stehen lassen. Ja, ist schon klar. So, dann heil den bitte. Danke. Sehr gerne. So. Dann habe ich jetzt erstmal irgendwie 13 Mann oder so. So. 13 Mann, zwei Ärzte. Das passt doch. Die Ärzte, die können... Packe ich jetzt auch mal zusammen. Das ist das neue Team 1. So. Das ist das neue Team 2. Ah, guck schon. Das ist das neue Team 3. So. Dann kann ja der eine... Ah, da kommt schon ein Hund. Okay. Aber das... Wow. Oh, hau bloß ab. Damit ich da schon mal weiß, was da ist. Okay. Alles klar. Dann gehen wir hier unten hin, die Ecke. Hälfte der Zeit ist auch rum. Habe ich das hier oben? Ja, habe ich. Wie komme ich da jetzt... Umgestecktes sind dran vorbei. Weil ich glaube... Ich muss einen Invasor hier vorbeischleusen. Und hier unten hoffentlich den Flammturm da platt machen. So, der Spion. So. Jawohl, Sir. Was? Was ist das denn? Was? 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 Okay, geil. Der macht jetzt da alles platt. Ja, nice. Sehr schön. Cool. Danke, Flammturm. Ja, das ist natürlich mal ein wendendes Blatt. Aber das hier, was ist... Was zur Hölle. Das ist ein russische Tanja. What the fuck? Alter Schwede. So. Das ist entledigt. Bitte, Kommander. Ja, der Flammturm macht jetzt schön die Raketenwerfer platt. Finde ich gut. Ich meine, wenn die alle anfangen würden zu feuern, das wäre schon extrem heftig. Ja. So, okay. Dann kann ich ja den einen E-Vasor wieder hier auf seinen Platz stellen. Ich weiß, das ist mega unlogisch, was ich mache, aber... Ich will halt... Ah, okay. Ja, gut. Oder? Hier ist das letzte Terminal. Nein! Ah, nicht aufgepasst, ey. Mann. Schieß den kaputt, ey. Wichserhund. So. Ah, jetzt habe ich einen Invasoren verloren. Jetzt brauche ich halt doch den hier wieder. Ach, ärgerlich, ey. Ja, gut, egal. Aber wie mache ich das denn jetzt hier mit den... Was ist denn das hier? Weißt du was? Ich gehe mal mit... Fünf Einheiten hier hin. Und gucke mal, was das da ist. Vielleicht ist das ja ein Computer oder so. Und ich kann den Flammturm hier wegmachen. Das wäre natürlich geil. Das wäre natürlich mega nice. Ja, das wäre mega nice. So. Alles klar. Der ist ja meiner, ne? Das ist ja... Ja, genau. Das ist ja so gewollt. Genau. Perfekt. Hier unten bist du im letzten Level eine Tanja rausgekommen. Äh, das wird in diesem Level definitiv nicht so sein. Alles klar. Was haben wir hier noch? Ich speichere das mal ab. Mit Aufnahmecheck. Ja, das geht. Das passt. Sehr schön. Ah, hier sind nämlich noch Computer, seht ihr. Hier sind Computer. So. Was haben wir da noch? Ja, Hellmarsch. Geil. Da, da sind... Okay. Was haben wir hier noch? Ein Flammenwerfer-Infantristen. Ernsthaft? Boah. Zum Glück hat der nicht getroffen. Ja, sonst wären alle meine fünf Soldaten weg gewesen. Hä? Hier ist noch ein Terminal. Warte mal. Hier ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ah, es sind vier. Ja, ja, okay. Gut. Nö. Super. Dann, äh, kann ich mit dem hier hier unten hingehen. Aber, oh Gott. Nein. Oh. Doch nicht so, verdammt. Doch nicht so. Ich glaube, das sind die, äh, Terminals für die beiden Flammentürme hier. Oh Gott. Alter. So. 20 Minuten, ich glaube, das schaffen wir. So. Ja. Sehr schön. Kann sich Team 1 mal wieder gruppieren hier. So. Boah, war da echt ein Flammenwerfer-Typ, ey. Ich glaube, ich werde alt. Oh Mann, oh Mann. Okay. Gut. Die sind ganz... Sehr schön. Komm, die erste. Setze mich im Arsch. Ja. Das habe ich als Kind echt verstanden. Setze mich im Arsch. Das ist doch... Ja. Das war nur ein Flammenturm. Okay. Dann geht der mal bitte da hin. Was ist da noch, äh, kaputt gegangen? Das ist auch geil. Hier oben steht Tesla-Spule. Das ist aber ein Flammenturm. Das ist doch bescheuert. Tss. Ja, gut. So, dann könnt ihr mal ein bisschen vorrücken. Schaffe ich das? Ne, das schaffe ich unmöglich. Das schaffe ich unmöglich gegen 15 Soldaten. Und hier noch so ein... So ein Sniper. Ne. Keine Chance. Keine Chance. So. Hier oben ist ja... Hier oben ist auch noch eine Ecke. Da war ich auch noch nicht. Was ist das hier? Noch eine Sprengladung. Okay. So. Macht ihr mal bitte die da oben kalt. Geht bitte nicht in die Reichweite des Flammenturms. Sehr schön. Okay. Gut. Dann macht ihr mal den hier kalt. Das da kalt. Ja. Genau. So. Und geht weiter und mach... Ich mach jetzt einfach mal Rambut-Taktik. So. Ich will es jetzt endlich... Oh, schaffen hier. Komm schon. So, okay. Gut, dann muss ich vielleicht sogar nochmal da hoch. Dann muss ich vielleicht sogar nochmal da hoch, ja. Weil dieser Flammenturm, der kann schon echt extrem... Nerven. Ja, was ist das hier? Was ist das? Was hat es damit auf sich? Speichern nochmal. So, das passt doch. Ja. Sehr gut. Okay. Dann halt ihr mal bitte alle. So, dann halt mal. Zeigt, was ihr könnt. So. Dann warte ich das jetzt erstmal ab. Und dann geht's mal weiter. So. Sehr gut. Alles klar. Dann können wir mal hier weiter hochgehen wieder. So, 16 Minuten. Was ist hier noch? Was ist hier noch? Hier oben in dieser... Alter. Hier oben in dieser Ecke. Was ist hier? Hö! Mammutpanzer! Jawohl! Uh, okay. Nein, nicht da drauf schießen. Sondern da oben ist ein Grenadier. Den müssen wir... Den müssen wir killen. Komm schon! Nicht auf den Mammutpanzer schießen, ihr Idioten! Einmal mit Profis arbeiten, ey. Oh, jetzt verliere ich alles. Ah, doch nicht. Okay, sehr gut. So, alles klar. Was ist denn da noch, ey? Ja, da oben... Ah, das weiß ich noch. Hier oben sind, glaube ich, nur Kisten, ne? Ich guck mal. Vielleicht ist das ja Heilung oder so. So, ich geh mal in die Richtung. Ah, wie der Geisterhaus. Ist einfach so witzig, ey. Na, super. Na, toll. Ja, da sind Kisten. Die brauche ich aber nicht. Oder? Ne, die brauche ich nicht, die Kisten. Ne. Na, super. Toll. Hallo? Könnt ihr mal den Roten heilen? Ey, das gibt's nicht. Man muss alles selber machen. So, da kannst du mal weitergehen. Alles klar. Was hier... Was das hier unten ist? Keine Ahnung. So. Okay. Dann ist der Spion echt noch am Leben. Krass. Wow. Wie schlecht. So. Ah, mach den kaputt. Sehr schön. Okay. Das reicht doch jetzt. Ja. Egal, komm. Oh, Gott. So. Okay. Ach, mein Handy vibriert, aber das mache ich später. Das ist nur ein Sprachanruf. So. Dann, äh, geht's mal weiter. Alles klar. So, das muss doch jetzt das letzte sein, oder? Und? Haben wir's jetzt? Haben wir's? Warum? Ah, das Ding da, oder was? Da ist noch der Flammenturm. Ernsthaft? Muss ich den opfern, den Ingenieur, oder was? Der Spion ist schon hier, okay. Was ist hier? Ist hier noch was? Jetzt nicht ernsthaft. Oh, Mann. Was? 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 Was geht denn da ab? Ja, da ist noch was, tatsächlich. Oh, Gott. Alter. Nein. Sofort. Was? Was machen die? Höh. Gott. Wo? Wo wollen die hin? Bitte, Commander. Binderreizung. Das frage ich mich jetzt. Wo wollen die hin? Ja, Sir. Auf den Flammenturm? Ernsthaft? Okay. Gut, dann muss ich, glaube ich, in der Zeit, wo die den da abknallen, hier durch. Ja, ja. Ich glaube, die kommen nämlich gleich wieder. Oder? Alter, für ein Flammenwerfer. Alter Schwede. Den Spion lasse ich mal hier. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich mich extremst beeilen, weil da kommen die beiden Grenadiere. Aber die schaffe ich, glaube ich, auch noch so. So. Dann schießt den Hund kaputt und macht das mal bitte. Und ihr macht... Ja! Sehr schön. Okay, ich glaube dann... Die beiden Grenadiere. Alter. Die beiden Grenadiere. Ah, die sind kaputt. Oh, sehr schön. Ich habe doch alle verschiedenen Einheiten. Und was das hier soll, keine Ahnung. Ich habe noch 10 Minuten. Das sollte aber passen. So, das speichere ich auf jeden Fall. Uh. Okay, krass. So. Ja. Wunderbar. So, dann gehst du mal bitte da rein. So. Dann, äh... Kann der mal an den PC da hinten gehen? Oh. Und? Immer noch... Ah! Habe ich das jetzt verkackt? Nee, oder? Nee. Scheiße. Für einen Flammenwerfer. Oh, Mann. Nein. Habe ich das jetzt verkackt? Ja, Sir. Äh. Wie soll ich denn alleine gegen 5 Flammenwerfer? Das schaffen die doch nicht. Oder? Moment mal. Schaffen die das? Schaffen die das vielleicht? Sofort. Komm. Ja, Sir. Ja! Die schaffen das! Wie geil! Okay. Hahaha. Okay, krass. Dann musste ich der echt opfern, um jetzt da reinzugehen, oder was? Oh, Mann. Da ist noch ein PC. Ah, ich bin so... Da muss doch noch einer hin, Mensch. Probieren wir mal, ob der Spion das machen kann. So. Weil das war's hier eigentlich, ne? Also... Ist es nur noch hier oben, das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich opfern muss. Nee, das kann... Das kann nicht sein. Zur Not hätte ich hier noch welche, aber das... Hm. Da hätte ich hier noch einen, ne? Hm. Schauen wir einfach mal, was da jetzt Sache ist. So. Alles klar. Vielleicht kann ja der Spion das machen, da. Ich probier's. Komm. Oder? Nee, Moment. Ich speicher das hier mal ab, damit ich nicht, äh... Nochmal alles nachspielen muss. So. Irgendwie muss doch dieser Kackflammturm da weggehen. Was ist das? Das geht natürlich nicht. Ah, jetzt muss ich mit dem Invasor dahin. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist eine Mission. Also, wow. Sehr viel... Eine sehr große Map auf jeden Fall. Schaut euch das mal an hier. Schon krass. Und sehr viel Feingefühl ist hier gefragt. Das hab ich normalerweise nicht. Oh, schaut mal. Ach, das ist dieser Säurenebel. Ja, okay. Mhm. Alles klar. Ja, der Spionkart könnte da jetzt noch versuchen reinzugehen, aber... Hallo? Geh da hin. So. Keine Zeit verlieren hier. Das ist auch nix. Alter, Schwede. Okay, dann ist das jetzt wirklich der letzte... Der letzte Terminal. Sonst hab ich alles... Hab ich alles betätigt. Sechs Minuten. Ja, das passt auch so gerade mit der Zeit, also... Ja. Könnte sein, dass da noch was ist, aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Da muss der sich echt opfern jetzt. Krass. Na gut. Dann... Lauf um dein Leben! Äh. Äh. Was? Moment mal. Das lade ich einfach mal. Es tut mir leid, wenn ich jetzt lade, aber... Oh. Komm schon. Ich glaube... Hier unten hab ich was übersehen, ich Idiot. Da ist noch ein Computer gewesen. Äh. Ich mach jetzt... Ich mach jetzt die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch. Komm. Ah. So. So. Okay. Gut. Das muss das sein. Es kann nicht sein, dass der sich da jetzt... Äh. Vernichtet. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Sorry. Jetzt ist der Flammenturm weg. Der ist aktiviert. Bei dem hier unten war ich auch schon. Meine ich. Ja. So. Woran liegt das jetzt noch? Ja, Sir. Musst du dich ernsthaft das hier unten erst aktivieren, oder was? So. Jawohl, Sir. Jetzt kommt's und... Sprengladung platziert. Ja, Sir. Achtung. Noch fünf Minuten. Hä? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hier steht einer. Ey, Moment mal. Mach mal, äh... Hier steht einer. Was zum Teufel? Hier hab ich einen... Achtung. Noch vier Minuten. Ah. Probier das mal. Ich mach's jetzt ganz schnell. So. Schafft er das noch? Ich glaube ja. Vielleicht ist das ja der PC hier gewesen. Oh, Mann. Das wär's ja jetzt, wenn ich das echt noch... ...verkackt hätte, ey. Shit. War das das? Und mach mal... Spielgeschwindigkeit wieder runter. Das trau ich mich nicht zu speichern. War das das? Ja, das war's! Tatsächlich! Boah, geil! Okay. Boah, yes, Mann. Richtig nice, ey. Richtig nice. Wunderbar. Boah. Holy shit. Boah, guck mal. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, krass. Okay. Gut, dann haben wir endlich die vorletzte Mission geschafft. Und... Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten finalen Part mit den Alliierten. Und, ja, da freu ich mich schon drauf. Also, da geht's endlich nach Moskau. Jawoll. Auf den Punkt. Genau, auf den Punkt. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, freu ich mich über dir. Das Like oder Abo. Und wünsche euch auch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.